Da 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 dumm Powerbomb? I think this is a powerbomb Wer hat mich da erwischt? Alter, das muss ich da gar nicht machen, wie gemein Alter, wie gemein Please Alphonao, don't make any code Mach bitte keine Jacken Ne, Alphonao, was mach ich schon wieder? Ah, das ist natürlich sehr cool Ah, das ist natürlich Alphonao, der hat mich zu jagen, Mensch Wir müssen doch zusammenarbeiten, wir müssen doch doch raus NEIN Hallo Am I fucking god Fucking dinosaurs Holy shit What the fuck Ok, die Kollegen dezimieren sich wieder von alleine Hervorragend Nein Die, die Kollegen dezimieren sich wieder Fuck Na, was geschieht? Man weiß nicht, was geschieht Stay away from my husband Hier, Leute Sterbt Nein Dram war das? Und nicht Alphonao? Wo ist denn Alphonao? Ach, Alphonao ist ganz blau Sheet I'm so hungry I'm so hungry I'm so hungry Woah, 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 woah Stop it, stop it Kame ich vom Pot zurück weg, dann denke ich mir das ist folgens Folgens Oh, direkt um drei Bomben weg, aber dort ist die Färder und dort ist sie 50 Foas das nicht Oh, I'm dead. I'm dead. Preparing. Ich bin Traitor. Wir sind nur zu zweit. Das heißt, derjenige, der nicht Traitor ist, weiß, dass ich Traitor bin. Afro-nau-er, Afro-nau, du bist du. Was machst du? Dum-da-da-da-da-dum. Dum-da-da-da-da-dum. Ich bin ein Innocent. Okay. Afro-nau, du bist du. Aber du bist der Traitor. Afro-nau, nein, geh weg. Who the fuck is Alice? Wow, I think this is pretty amazing. Afro-naut. Achso, Mentu war der böse Wicht. Mentu, du alter Schniedelwurst-König. Ja, Mentu ist mir schon einer. Ist mir schon einer, ne? Mentu, Mentu, ne? Hätte nicht erwartet, hätte nicht erwartet. Boah, wie voll es direkt hier wird. Crank? Ich hab voll viele Freunde und so, weißt du. Was? Du, du lügst. Nein, du lüg auch. Patrick, you can't hit me. Patrick, you can't hit me. Patrick ist der Schniedelwurst. Wie soll alle mit den Waffen in der Hand rumlaufen? Voll zu spischisch und so. Au, au, you can't hit me, au. Hey, please, don't hit me, au. Ich erlobte diesem Apfel. Chicken. Ah, ne Grenade, geil. Einfach Grenade schmeißen. Und keiner weiß, woher es kam. Das ist mein Metier. Genau, meine Sparte. Granate? Hallo? Die Granate war so crank. Habt ihr das gesehen? Ich nett. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, shit. Hey, stop it, you stop it. I'm fucking dead. Mentu! Wer war das? Ich werde das gleich in Teamspeak gehen, die Aufnahme beenden und dann zocken wir schwätzend. Hier ist wohl ein Dota-Fan unter diesen Mappern. Halo 4, Junge. So sieht's aus. Warum? Portal 2, auch nicht schlecht. Borderlands 2, okay. Half-Life 2. Also Dota könnte man komplett weglassen. Ich hasse Dota. Nee, ich hasse Dota jetzt nicht. Dota, lol, das ist alles, äh... Half-Life, Borderlands, Halo 4, Portal... Und Monopoly macht ultra Spaß. Okay, genug rumgeflogen, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja, 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 ja. Ja.